The Sun rises in the East. Das East Hotel, ehemals eine Hamburger Eisengießerei, wurde 2004 von Jordan Mozart, einem Star-Architekten aus Chicago, in ein Design-Meisterwerk umgewandelt. Es vereint Hotel, Restaurant, Lounges, Bars, Events und Meetingmöglichkeiten in einem einzigartigen Ambiente. Das Fly hingegen ist ein eigener Mikrokosmos aus zeitlosem Design, der Altbauten mit typischen Berliner Hinterhöfen und einem Gewächshaus als Herzstück mit Bar und Restaurant verbindet. Mit Rooftop-Sauna, Workspace und Meetingmöglichkeiten ist das Fly in Berlin der neueste Hotspot im Osten Berlins. Ich freue mich heute sehr. Wir sind heute live aus dem East in Hamburg. Und ich habe Svenja Preiß eingeladen, die MySalesmanagerin vom gesamten East-Kosmos, und freue mich, dass sie heute dabei ist. Insgesamt gibt es hier 172 dieser wunderschönen Zimmer, in dem wir uns gerade befinden, und neun Meetingräume bis zu 200 Personen, wohingegen im Sly wir 150 Zimmer haben und drei Meetingräume mit Kapazitäten bis zu 90 Personen. Aber Svenja, als allererstes möchte ich natürlich von dir wissen, wie siehst du Mais Transpire oder was definiert für dich die Transformation und Inspiration der Maisbranche? Hallo Steffi erstmal. Schön, dass wir uns getroffen haben über lange Wege. Wieder hier im East-Kosmos. Mega cool. Ja, das ist ja gleich eine ganz tiefe Frage, die du da mir jetzt am Anfang stellst. Da muss ich auch mal ein paar Gedanken walten lassen. Aber Transpire an sich, wo sind wir heute, wo stehen wir mit dem Mais-Bereich? Würde ich sagen, ist es immer super wichtig, up-to-date zu sein. Und up-to-date heißt, glaube ich, im Mais-Business, dass du kreative Produkte anbietest heutzutage. Also es gibt sehr, sehr viele Kunden, glaube ich, heutzutage, die nach etwas Kreativem suchen, nach etwas anderem, nicht dem standardisierten Tagungsraum. Und dementsprechend musst du da was im Petto haben. Und wir hier im East-Kosmos haben zum Beispiel unser Kino. Wir haben einen komplett verglasten Raum. Im Sly in Berlin, wo wir jetzt sind, haben wir unsere Tagungsbereiche kombiniert mit den typischen Berliner Innenhöfen. Also man kann immer mal wieder ab und zu an die frische Luft. Viele Grünpflanzen sind uns immer wichtig im Kosmos, um auch Atmosphäre zu schaffen. Es hat auch schon so ein bisschen was von Sustainability, die da heute natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und gleichzeitig, glaube ich, hast du ja auch einen Kunden, der eher noch ein bisschen konservativer geprägt ist oder der auch einfach noch das Normale braucht, was wir schon immer angeboten haben, den ganz normalen Tagungsbereich. Das ist so ein bisschen auch der Spagat. Du brauchst beides. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir natürlich auch eine Start-up-Kultur inzwischen haben, die eher das Moderne, das Kreative, das auch vielleicht sehr Ausgeflippte suchen. Und genau da musst du, glaube ich, heutzutage ansetzen. Gleichzeitig ein ganz anderer Punkt vielleicht auch bei Transpire, Inspire, der Vertrieb. Wie funktioniert der Vertrieb? Früher komplett nur per Telefon. Man ist viel vorbeigekommen. Heutzutage werden wir immer digitaler. Wir haben inzwischen bei uns eine Digital-Marketing-Managerin eingesetzt, die sich komplett nur um Software kümmert, um den Vertrieb in meinem Bereich im Grunde genommen. Ja, und da sage ich oder fordere ich im Moment ein, lasst uns doch direkt buchbar sein, zumindest für die kleinen Räume, dass man das direkt mit wenigen Mausklicks durchklicken kann, wenn es tatsächlich um eher einfache Tagung geht, 15 Personen, einen Raum, einen Bildschirm, den brauche ich übermorgen, dass man sich einfach durchklicken könnte, mit viel Glück, wenn wir noch verfügbar sind. Genau, also da muss man so ein bisschen mitgehen, was die Leute suchen. Genau, that's it. Da hast du ganz, ganz viel Wertvolles beschrieben. Und ich finde auch gerade der East-Kosmos, also ihr sagt ja schon selber Kosmos, die Diversität dahinter. Also schon alleine, dass ihr noch das Coast by East in der HafenCity habt, was ja auch mit vielen Pflanzen geprägt ist, was auch die Nähe zum Wasser hat. Zum anderen aber auch das Clouds in den tanzenden Türmen, wo ihr ja auch Veranstaltungsräume habt, was auch viele nicht wissen, mit einem wunderschönen Hafenpanoramablick in Hamburg. Und jetzt mit dem neuen Sly. Also ihr findet euch, habe ich immer so das Gefühl, auch da jedes Mal neu unter einem Lifestyle-Brand. Das definiert für mich so der East-Kosmos. Unterschreibst du? Unterschreibe ich voll, genau. Es macht auch Spaß, das zu verkaufen natürlich. Viele Gruppen, die vielleicht auch mal zwei Tage in unserem Hotel verbringen und dann nach unterschiedlichen Outlets suchen, unterschiedliche Möglichkeiten, die haben genau dann die Möglichkeit und wir haben auch die Möglichkeit, das anzubieten. Wir müssen den Kunden nicht nach draußen schicken, sondern wir können sagen, hey, wir haben insgesamt drei Restaurants in Hamburg, was nicht wenig ist, plus das Hotel, plus die Event-Location oder die Tagungs-Location. Also sehr, sehr viel im Petto und so macht Verkaufen natürlich noch umso mehr Spaß, ja. Absolut. Und woher kommt deine Passion auch zum Verkaufen, sage ich mal? Also man hört genau raus, du machst gerne, was du machst. Du bist gerne mit Menschen zusammen. Du gibst auch gerne Inspirationen weiter. Erzähl uns ein bisschen mehr über dich, Svenja. Ja, wo kommen wir her? Steffi, du weißt das ganz genau. Wir kommen aus der TUI-Welt. Viel unterwegs gewesen. Bin bei mir insgesamt zehn Jahre im Ausland gewesen. Sehr viel die anderen Kulturen erlebt. Das hat mir natürlich Spaß gemacht. Nochmal ganz zurück. Was ist die Ursprungsfrage? Wo waren wir genau stehen? Wer du bist. Ach so, wer ich bin. Ja, warum es mir so viel Spaß macht. Das war das Thema, genau. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Und das habe ich mitgenommen zurück nach Deutschland und dachte mir, hm, welche Berufung gehe ich weiter ein? Im Ausland habe ich sehr viel Event-Verkauf gemacht, in dem Sinne, dass ich nur die Verträge geschrieben habe und ein Produkt angeboten habe. Jetzt gehe ich raus. Jetzt darf ich alles vertreiben. Da vielmehr noch die Menschen treffen. Das konnte ich vorher im Verkaufssinne nicht. Ich konnte ja nicht nach Deutschland reisen und die Leute zum Ausland quasi akquirieren. Das haben andere für mich übernommen. Das kann ich jetzt. Ich kann jetzt rausgehen. Ich kann jetzt akquirieren. Und ich kann vor allem weiterhin viele, viele Menschen treffen. Jeder Tag ist anders. Wer liebt das nicht? Ich glaube, viele begründen diese Frage mit diesem, mit diesem, ja, mit diesem Fakt. Ja, mir macht es einfach Spaß, draußen zu sein, Menschen zu treffen. Und ich sage mir auch einfach, ich habe gerade gesagt, zehn Jahre Ausland. Ich bin schon sehr, sehr lang dabei. Und ich glaube, man sollte auch so lang dabei sein, um dann erst zu verkaufen. Also erst das Produkt erlernen, viel dabei sein und dann zu sagen, wer kann es nicht besser verkaufen als ich? Muss ich so sagen, genau. Das hört sich komisch an. Aber mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, das Produkt, wofür ich meine Leidenschaft entwickelt habe, an den Mann zu bringen. Wunderschön. Ich muss dir ganz kurz innehalten, weil ich finde es, das ist eine ganz, ganz tolle Sichtweise, wirklich auch zu sagen, okay, schmeiß die Leute nicht ins kalte Wasser, schau raus. Und wie muss ich denn ein Verkäufer in Anführungsstrichen nach außen hin präsentieren? Weil das haben, glaube ich, dann viele Menschen ganz am Anfang, so im Kopf und gucken rechts und links und wissen gar nicht, tun sich da sehr schwer, was ja auch total verständlich ist. Und da eher entweder einen Mentor mit an die Hand zu geben oder auch so wie du sagst, hey, ich habe erst mal die Operative auch durchgeführt. Ich weiß, was funktioniert denn gut im Hotel, was funktioniert denn weniger gut? Gut, um auch sein authentisches Ich oder halt, wo wir auch immer drüber sprechen, Sales mit Persönlichkeit dann zu leben. Und das tust du heute. Also du bist Svenja mit der Ananas, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Ein Alleinstellungsmerkmal, genau das braucht man in der heutigen Zeit, sodass man sich immer wieder an dich erinnert. Wenn wir nochmal über den East Kosmos sprechen, wer ist denn euer idealer Maiskunde? Wir haben alle Branchen bei uns. Also da kann man keine Abstriche machen. Wir sind vielfältig, wir sind sehr weltoffen. Bei uns findet jeder seinen Platz. Wir sind sehr vielfältig. Wir haben unterschiedlichste Formate, die wir anbieten. Wir waren ja eben schon bei der Vielfalt nur hier in Hamburg und jetzt auch noch mit dem Sly im Portfolio. Also von der Branche her gibt es niemanden, der hier nicht nicht reinpassen würde. Von der Gruppengröße, wir können maximal 200 Personen in einem Raum von 200 Quadratmetern. Wir lieben es, Gruppen zu haben zwischen 40 und 70 Personen, weil wir dadurch eine tolle Auslastung in unseren Tagungsräumen schaffen können. Plus wir haben genug Breakout-Möglichkeiten. Plus wir haben genug Vakanzen in unseren Outlet-Bereichen. Also sie werden immer und zu einer, also nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig, ihre Verfügbarkeiten finden für eine Kombination aus einem tollen Programm. Und daher ist diese Gruppengröße für uns der ideale Maiskunde. Sehr gut. Und du hast gerade über das neue Sly gesprochen in Berlin. Das ist ein newborn Baby sozusagen. Jetzt seit letztem Jahr auf dem Markt. Woher kam die Inspiration für dieses neue Hidden Jam in Friedrichshain? Hinter dem East Cosmos steht die Familie Kreie. Und die suchen natürlich immer wieder nach besonderen Locations. Und in Berlin sind wir tatsächlich schon mit einem kleinen Stadthotel, dem New Berlin, vertreten, mit 50 Zimmern. Und es hat sich die Gelegenheit geboten, dass direkt neben unserem kleinen Stadthotel weitere Gebäude frei geworden sind. Und die Chance hat man natürlich einfach ergriffen. Wir haben sechs Jahre lang wirklich unser Gebäude oder unsere vielen Gebäude renoviert. Mit viel Liebe, mit viel Liebe zum Detail, mit einem Auge auf hohe Qualität in den ganzen Materialien, die wir verwendet haben. Deswegen auch die Zeit. Natürlich muss man ehrlich sein, es kam auch Corona dazwischen. Wir wissen, wie es mit den Handwerkern ist, die man auch nicht so leicht bekommt. Auch das gibt natürlich eine gewisse Dauer. Aber am Ende ist es auch wirklich die Perfektion gewesen, die uns die Zeit gekostet hat dann auch. Die Gebäude an sich waren schon immer Gewerbegebäude. Also man könnte jetzt auch böse Zungen, das haben wir tatsächlich auch schon gehört, hey, ihr nehmt uns da Wohnraum in dem schönen, hippen Friedrichshain. So ist es tatsächlich nicht. Es waren schon immer Gewerbegebäude und sie sollen auch immer die bleiben. Und ganz im Gegenteil, die Gewerbegebäude standen inzwischen leer, die Betriebe wurden gestoppt. Eine Tischlerei zum Beispiel, etc. Und wir haben gesagt, hey, da gehen wir rein. Wir bauen neues Gewerbe wieder auf und wir schaffen wieder neue Arbeitsplätze. Und das war einfach ein Match. Win-win. Ja, und so haben wir insgesamt drei Gebäude renoviert, ein neues Gebäude noch hinzugefügt. Und jetzt kommt das absolute Highlight. In die Mitte haben wir ein riesengroßes, lichtdurchflutetes Gewächshaus gestellt. Gefüllt mit Palmen, Bananen, Bäumen. Also wirklich die absolute Oase in Berlin. Es ist Magic. Wenn du reinkommst, musst du dir vorstellen, es ist erstmal wirklich ziemlich dunkel. Du hast rechts und links eine sehr dunkle schwarze Fliese und wirst dann geflasht von diesem lichtdurchfluteten Highlight und zum Greenhouse. Das, was gleichzeitig unser Restaurant ist. Im Grunde genommen die kleine Schwester oder die große Schwester inzwischen schon neben dem East auch hier in Hamburg. Genau das gleiche Spiel. Auch hier ist unser Highlight das Restaurant, wo wir eine Decke durchbrochen haben. Ein unheimlich großer Raum mit mächtigen Säulen, in dem das fließende Eisen, es war eine Eisengießerei hier früher, deutlich werden soll. Und auch hier ist es so, wenn wir reinkommen, wenn unsere Gäste reinkommen, es wird erstmal das Handy gezogen und erstmal ein Bild gemacht zur Erinnerung. Und so ist es auch im Sly. Absolut eine Instagrammable Location, was auch immer mehr und mehr Anforderungskriterium wird, tatsächlich. Und ich kann das nur unterschreiben. Also man geht rein in die Gebäude und man erwartet das einfach nicht. Und man hat diesen riesen Wow-Moment. Und kulinarisch seid ihr sowieso extremst gut aufgestellt. Sehr, sehr lecker. Ich würde schon sagen, auf Sterne-Niveau. Aber ihr sagt, okay, wir halten unseren Lifestyle-Brand und mit unserer euroasiatischen Küche. Genau. Gut. Mal ein ganz anderes Thema. Wir beide sitzen hier jetzt zusammen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ich hatte mal in einem schönen Post geschrieben, dass man sich immer zweimal im Leben über den Weg läuft. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft wir uns über den Weg gelaufen sind. Du hast es gerade schon mal kurz erwähnt. Wir haben beide bei der TUI unsere Karriere im Tourismus gestartet vor vielen, vielen Jahren. Und ja, und jetzt arbeiten wir zusammen. Unabhängig davon, was hat dich denn auch wirklich am Ende dann dazu bewegt, dass du gesagt hast, okay, Steffi, jetzt können wir zusammenarbeiten mit SK Inspiring Hotels & Venues? Ach, das war gar nicht so schwer, muss ich tatsächlich sagen, wie du schon sagst. Unsere Karrieren haben sich oft gekreuzt. Immer meine erste E-Mail ist an dich gegangen. Ich bin zurück in Deutschland. Damals ein kleines Unternehmen von dir, wo du auch ein zweites Standbein hattest. Und ich habe wirklich dreimal hingeguckt und gesagt, wirklich die Frau Kubik. So witzig. Also es hat wirklich auch Spaß gemacht. Und daher war ja schon ein gewisses Vertrauen da, was für mich super wichtig ist, um wirklich eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Für jeden wahrscheinlich das oberste, das Emotionale erstmal. Ja, und letztes Jahr sind wir in eine Testphase eingegangen. Also zumindest ich quasi. Und habe gesagt, dass ich mit dir ein, zwei Veranstaltungen mache. Du weißt es ja, war dabei. Um einfach zu schauen, ob dein Produkt zu dem East Cosmos quasi passt. Also bei Vertrauen und auch tatsächlich inzwischen Freundschaft hin oder her, muss man ja auch schauen, passen wir zusammen? Und letztes Jahr, das hat so gut funktioniert. Ich habe in dir einen Partner gefunden, wo ich an individuelle Kunden herankomme, sehr intensive Kundenbeziehungen aufbauen kann, weil du sie einfach hast und mir im Grunde genommen weitergibst. Und dementsprechend, ja, erreichbar muss man immer sein. Ich stelle es kurz aus. Entschuldigung. Ja, und so haben wir unsere Testphase gehabt. Die war sehr erfolgreich. Und deswegen jetzt diese intensive Zusammenarbeit mit dir, auch mit der MICE Academy zusammen. Und top nochmal, von der ich auch profitieren kann. Denn du bist früher im Sales eingestiegen als ich. Hast da den ersten Step gemacht. Und daher glaube ich, dass du das ein oder andere mir auf jeden Fall auch weitergeben kannst. Plus meine Kollegen, denen ich das Sales-Wissen auch weitergeben muss, möchte ich sehr gerne diesen Zugang auch zu dieser MICE Academy geben, damit sie die Hintergründe erfahren oder auch nicht in Fettnäpfchen treten, sondern vorher das Wissen schon haben und so, dass wir professionell Sales betreiben können. Sowohl intern und extern. Superschön. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Auf jeden Fall arbeitet ihr ja auch noch mit anderen Partnern zusammen. Also es ist ja sowieso, Eastkosmos ist am Wachsen, der Bekanntheitsgrad soll gesteigert werden, auch international und national. Wie würdest du jetzt nochmal so die Zusammenarbeit und da hingehend unterscheiden, wenn wir darüber sprechen, ihr habt verschiedene Partnerschaften? Ja, wir sind ja Partner von Preferred Hotels. Wir waren lange Partner von Design Hotels und sind kurz vor Corona dann gewechselt. Das ist nicht vergleichbar mit deinem Produkt. Ich würde sagen, es ist fast schon ein perfect match. Du brauchst zum einen die Kunden ja hier in Europa, wo auch Preferred vertreten ist, aber du brauchst es auch sehr für den internationalen Markt, worauf ich hinaus will. Preferred hat seine Wurzeln in Amerika, du hast deine Wurzeln in Deutschland. Preferred ist schon auf Perfektion für den amerikanischen Markt unterwegs. Du bist auf Perfektion auf dem europäischen inklusive deutschen Markt unterwegs. Und so ist es eine perfekte Kombination dich als Partner zu haben und Preferred auch. Preferred hat viele sehr große internationale Key-Accounts, die sie einem bringen können. Du hast auch ein paar Key-Accounts in Deutschland, auf jeden Fall in den unterschiedlichsten Branchen, aber du hast vor allem auch viele, viele Agenturen in den einzelnen Städten. Und so ist es ein perfect match aus Preferred und von dir. So, warum wollen wir das noch mit der Ananas auflösen? Also, du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen, dass wir im letzten Jahr eine Testphase, wir haben ein Kundenevent hier gemeinsam im East Hotel in Hamburg, organisiert den Mais-Catch-Up. Und ja, wo es darum ging, den idealen Mais-Kunden anzusprechen, mit einer Präsentation, wo du sozusagen als allererstes überhaupt erst mal euer ideales Briefing vorgibst. Das ist so unser Wunschkunde, wenn wir wünschen dürften. Und dann daran, das Hotel oder den East-Cosmos zu präsentieren. Und ich weiß noch, ich habe es noch genau in Erinnerung, dein erstes Slide ist einfach, wie du so eine Ananas küsst. Ich glaube, das werden wir hier auch noch als Titelbild verwenden, weil es einfach toll ist. Und das gibt für mich einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert, weil sich das überall in deiner Kommunikation auch durchzieht. Ja, die gute Pineapple. Die Ananas als Zeichen der Gastfreundschaft. Daher mag ich sie sehr gerne. Und sie hat ja auch einen gewissen Stolz. Einfach eine sehr stolze Frucht. Und deswegen nehme ich sie überall mit hin. Plus, sie ist das Logo von Preferred Hotels. Und es ist nun mal auch ein fester Partner von uns. Und so ist es eine tolle Kombination, uns komplett zu repräsentieren. Plus, es ist einfach der Funfact da. Tatsächlich auch meine Lieblingsfrucht. Aber da ist es ja unterschiedlich vom Geschmack. Aber ich nutze sie sehr gerne als mein Werbemittel. Ich finde es super, weil es hebt sich einfach ab aus der Masse. Und überall, wo ich dich treffe, ist die Ananas mit dabei. Gibt es noch irgendetwas abschließend, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendetwas, was wir vergessen haben? Kommt vorbei im Sly. Genau, weil wir sind wirklich erst seit letztem November auf dem Markt. Sehr, sehr neu. Für mich immer noch ein brandneues Produkt. Schaut euch das grüne Haus an, das Gewächshaus. Kommt vorbei. Es ist wirklich ein Hidden Gem. Man weiß nicht so vor. Also man muss wirklich auch ein bisschen suchen erst mal. Aber wenn man da ist, man wird es nicht bereuen. Kommt vorbei. Wir sind jederzeit da. Und schaut euch um. Wir zeigen euch gerne das Haus. Ansonsten genießt einfach nur ein Drink in unserer kleinen neuen Oase in Berlin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und heute mein Gast war Svenja. Total schön, dass wir dieses Podcast-Interview zusammen aufnehmen konnten. Und wenn ihr eine Anfrage habt oder denkt, oh, der East Cosmos passt perfekt zu unserem Kunden, zu unserer Veranstaltung, dann meldet euch gerne bei uns. Svenjas Kontaktdaten, auch LinkedIn etc. findet ihr alles in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal rüber in die tanzende Türme und trinken einen Kaffee mit einem Hafenpanorama-Blick.